Hallo, ich bin Martina Kütter, arbeite seit über 25 Jahren mit Hypnose-Techniken, seit ca. 10 Jahren als Coach in Afrika und in Deutschland. Ich biete Ihnen ein wirkungsvolles und andauerndes Hypnose-Coaching mit dem einzigartigen Triple-E-Konzept. Unterhaltung, die 90% Ihres ungenutzten Potenzials aktiviert, Techniken, die Ihren Erfolg oder Ihr Vorhaben zum Rollen bringt, das Erleben und Erfahren Ziele erreicht zu haben. Ich werde für Sie nicht das Rad neu erfinden, jedoch bringe ich es ins Rollen. Wesentliche Faktoren dabei sind Entspannung, die wir mittels Hypnose erreichen. Ziele anvisieren mittels Coaching-Tools, erst dann haben Sie genug Motivation zur Veränderung und Verändern macht frei. Darum starten auch Sie endlich durch. Nutzen Sie dieses außergewöhnliche Coaching, privat oder beruflich, um Ergebnisse zu erzielen, zu erfahren und zu erhalten. Mit Triple-E arbeite ich auf der bewussten Ebene mittels Coaching-Tools, auf der unbewussten Ebene mittels Hypnose und auf der physischen Ebene mit erlebbaren Erfahrungen. Deswegen Entertainment, Education, Experience, Triple-E. Also dann sehen wir uns in meiner Praxis. Mit celebrity Musik 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 Musik